So, hallo und willkommen zurück. Wir haben die Controller getauscht, das Setting ist leider geblieben. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust. Ich nehme auch schon mal eine andere Waffe, bevor ich gleich hier ein paar Nackenschellen kriege. Nein, ich nehme doch keine. Nur noch, kauf ein bisschen Pistole-Munition. Müsste ja noch. Hat er noch welche? Na ja. Geld ist genug da und wir haben, auch wenn die Pistole natürlich die Waffe ist, die echt leider am wenigsten Schaden macht, trotzdem ist es die, wo man immer wieder mal aufballern kann. Gut, dann haben wir mal hier ein bisschen. Oh, du hast da was gekauft. Welche Munition denn? Pistole und Schrot und Dings habe ich gekauft. Ich schwöre es dir, der kriegt die. Ich weiß, der kriegt die von der Rifle. Ja. Die fette. Safe kriegt der Sniper-Kugeln. 15 Kugeln und ich wette, wenn ich hier raufgehe, haben wir. Ne. Ne. Das macht keinen Sinn. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Guck mal nochmal. 15 Schuss habe ich mit der Pistole. Guck mal im Inventar. Ich habe 15 Schuss mit der Pistole. Er kriegt safe Pistolen-Munition. Pistolen-Munition? Ja. Nee. Hä? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Hat da gratis draufgelegt vielleicht. Jetzt habe ich 0. Weil ich irgendeine Waffe nachgeladen habe. Ich habe die Schrot nachgeladen. Dass die Schrot nachgeladen. Stimmt. Ist das deine Schrotflinte? Das ist eine halbautomatische Schrotflinte. Nein, dann haben wir Scheiße gekauft. Das ist kein Maschinengewehr. Nein. Du dachtest auch, das wäre ein Maschinengewehr, ne? Ja, sieht ja auch so aus. Scheiße, dachte ich aber auch. Ist das eine halbautomatische Schrotflinte? Steht da sogar. Halbautomatische Flinte? Geh mal zurück. Dann ist die kleine so eine Maschinenpistole wahrscheinlich. Soll ich etwas für dich auswählen? Ach, die Schnauze. Wir haben uns jetzt verkauft hier. Nee, oben rechts war sie. Da, rechts. Vollautomatische Maschinenpistole. Aber nur 200 Schaden, ne? Ja. Dafür ballert sie halt schnell. Pistole, die wird Pistolenmunition benutzen. Ja, ja, die wird Pistolenmunition bekommen, ja. Ja, gut, okay, das war jetzt ein bisschen fail. Aber naja, ist gar nicht so schlimm. So schlimm benutzen wir eigentlich so häufig. Ja, gut, und das ist halt auch die... Ja, das Ding ist halt, wir müssen dann überlegen, ob wir dann nicht einfach die normale Schrotflinte verkaufen. Für 80.000. Weil wenn das dieselbe Munition ist, dann brauchen wir die nicht. Dann brauchen wir die gar nicht mehr. Und dann hätten wir, wie viel Kohle? Warte. Steht zu dir. Weil dann könnten wir die Pistolen tauschen. Nicht ganz. Werkstatt, die normale Pistole hat Damage 180. Das heißt, eine normale, nicht aufgewertete Maschinenpistole hat mehr. Dann machen wir das. Na? Verkauf unsere Superschrot. Wir müssen uns von ihr verabschieden. Schwelen Herzens. Na? Das würde doch Sinn machen. So. Die muss weg. Die hier. Ja, die einmal muss weg. Und unsere M1911. Weil die normale Pistole werden wir jetzt gegen eine Maschinenpistole tauschen. Das macht Sinn. Okay. Sorry. Ah, die Sturflinte, ne? Die war natürlich ein Teil von uns. Ja, die haben wir auch lange gehabt. Ja. Die haben wir auch geliebt. So, wir holen uns dafür aber jetzt Muchacho. Die ganze Herden abschlafen. Und hier? Position haben wir. Ja, genau. Das kannst du natürlich machen. Ein bisschen Schaden wäre ganz geil. Natürlich nur minimal, aber... Okay, aber hat ganz schön reingepfeffert. Das haben wir nicht viel Geld. Okay, aber wir haben jetzt eine neue Schrot. Auf Wiedersehen. Ja, das ist doch. Neue. Das ist gut. Pistole. Okay. Gut, denn... Das ist gut. Weil unsere Pistole macht eh keinen Schaden. Jetzt haust du wenigstens Schaden durch... Tempo. ...Masse, ja. Ja. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, weil Dennis hat ja hier gespielt. Alles gut, ich weiß den Weg noch. Und dass wir hier den Weg... erstmal bis zum... dahin, wo wir die... die Wand einfach aufgemacht haben. Ja. Da gibt es die Tür. Da gehst du durch und dann gehst du links. Genau da weiter. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit den... Ja, ja. Komischen Monstern mit den... Ja, ja, super cool. Da bist du jetzt links. Links. Achso, so. Da ist die Tür und da geht es dann links weiter. Ja, und die Affen kommen irgendwann. Ja, stimmt. Wir müssen die... Oh Gott, war das eine Tür da draußen? Ja, das war eine Tür raus. Oh, da... Oh, da machst du den Sturm für die Jungs da oben an. Oh, da wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin da raus. Fick dich. So, scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße. Das war... Ich hätte gehofft, dass wir hier... Da, wo Dennis dann übernommen hatte und wir hier reingegangen sind, habe ich gehofft, dass eine Folge reicht für diesen Quatsch hier. Oh. Schießpulver. Okay, ich sehe hier nichts. Ah, hier geht es hoch. Hier ist wieder was zum Aufschießen. Aber das konnte... Konnte man das mit dem Messer machen, Dennis? Weißt du das noch? Ja. Konnte man. In die Hocke. Mechanischer Soldat. Modell Soldat Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe herzentfernten Cadou eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschutz erfolgreich. Hirntot. Darum daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Die haben aber viele von diesen Cadous, ne? Die können ja gar nicht so schwer zu... Mechanischer Soldat. Modell Soldat Version 1.01. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lycans. Wurde nach drei Minuten demontiert und gefressen. Ich glaube, dass Lycans die... Lycana, das sind diese Wehrwürfe. Ah, das kann sein, ja. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat 1.10 habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnder Outputs unzureichend. Mit lebendem Körper versuchen. Modell Soldat Version 1.15. Cadou-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2. Kampf gegen Lycans. Innerhalb einer Minute... Oh, drei Lycans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung... Okay. Aber die Lycans sind dann eher die Menschen, ne? Nicht die kompletten, miesen Wehrwölfe. Die schon richtig... Die richtig weit sind. Sie haben gerade... Kroquill. Wo waren das? Wieder einschmelzen. Wieder dahin, ne? Und dann... Ja, so habe ich das zumindest jetzt verstanden. Nein, ich will da nicht durch. Wieder an die vorbei. Stimmt, und dann nein. Ja, und dann links. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Links, links, nichts was! Seil auf kurz, auf kurz. Und der hat aber gesessen, glaube ich. Was hast du ihn gerade gegeben? Ich habe ihn mit der Schrotflinte eingegeben. Die Schrotflinte ist gut, aber die hauen. Ja, ist tot. Oder warte mal. Nee, vielleicht nicht ganz. Nee, das jetzt. Und geplatzt. Okay, ich habe mich aber auch ein bisschen erschrocken. Ich wusste, dass irgendeiner von den Wichsköpfen aufsteht. Aber dass das der ist, das war natürlich dann... Der Letzte, na klar, war es der Letzte. Wir bauen hier unsere eigenen Schlüssel. Wir schmieden einfach. Schmiede, biede. Aber wo kommt denn der hin? Den hatten wir irgendwo gesehen gehabt. Vielleicht kann man gleich auf der Map mal gucken. Weil... Großes Zahnrad. Was? Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja, das wird wahrscheinlich da unten sein. Gehe ich mal zumindest von aus. Ja, guck mal. Links, ne? Links runter. Voll die Paranoia, dass da noch einer kommt. Da kann man das auch wegsprengen, ne? Ja, safe. Da ist noch was hinter. Ich mache es jetzt einfach mal. Wir haben fünf Stück davon. Ja. Flindenmunition immer gut. Okay, wir müssen irgendwas zusammenbauen. Ach, Zahnrad. Vielleicht. Ja, sehr gut. Jetzt gehst du den Strom da oben, den Jungs. Jetzt sind sie gleich alle da. Lieber dir? Ich komme mir halt nicht raus. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Alter. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschend. Da, rechts. Rechts. Da gibt es eine Zeppe runter. Ja, bestimmt. Oh Gott, 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 oh Gott Ich hab doch gesagt, das steckt da weg. Bisschen, ein bisschen Wasser. Ich bin nicht in meine Geschwister. Ich will frei sein. Nein. Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Der war gut. Der war gut. Dies sind die Früchte meiner Macht. Der war gut. Die Storken vertilgen die Schwachen, das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen Ethan. Mhm. Kleines Arschloch. Kleines Arschloch hat er gesagt. Nimm mal deine Hand da weg. Ja, sauber. Er ist umgefallen und geplatzt. Gut. Also man merkt, dass die Waffe noch nicht wirklich aufgepimpt ist, was das Handling angeht. Ja, was gut ist, ist, dass sie echt gut Schaden macht. Ja. Das ist echt geil. Auf jeden Fall. Und solange die Jungs jetzt noch einzeln kommen, sind die auch noch ganz gut zu handeln. Aber wenn jetzt mal zwei oder drei kommen, dann wird's echt nicht so leicht. Deswegen wollen wir uns den hier auch mal jetzt... Er schützt das Ding auch, ne? Oh, die haben eine Miete weichweite. Nein, nein, nein. Ich duck mich immer dummerweise. Ja, passiert mir auch. Na, kommt der hier bis hier her. Die Menschenfabrik. Wo war das jetzt hier? Er ist zurück zu seinem Arbeitsplatz gegangen. Wo ist er denn jetzt? Ne. Hey, wo ist der denn jetzt? Der Pömmelberger. Ja. Da. Der bleibt schön bei seinem Posten. Schöne Miene, ja. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass der da langkommt. Ich glaube nicht mal, dass er noch hier ist. Doch, der geht doch seine Wege. Oh, was war das? Das war gut. Kurz nachladen. Das ist der Ausluster. Ja, noch mehr. Na komm. Fall um. Der hält so viel aus. Hast du deine Mine mitgenommen, die du da liegen lassen hast? Er hat beide, also es sind beide explodiert. Der Abstand war leider nicht groß genug. Ach du Scheiße. Sieht schlecht aus. Ja, tatsächlich. Aber interessant zu wissen, dass man hier an so eine Dingerrand shooten kann, wenn diese Viecher unterwegs sind. Ach, die Wichser, die schützen das. Ja, wäre gut. Na komm. Jawoll. Ich gehe nicht mehr runter. Ja, genau so. Jawoll. Okay, ja gut. Das war natürlich, aber ich wollte runter. Okay. Wäre falsch gegangen. Das war mies. Ich habe das nämlich noch gesehen, dass da was aktiviert wurde. Oh Gott. Geht es nicht nach unten? Weiß ich nicht. Da ist eine Tür auf jeden Fall. Also hier geht es nach unten. Aber da kommen wir ja her. Ach so, da kommen wir her. Aber hier war man noch nicht drin. Warum kann man X drücken, wenn er nicht trifft? Was ist das für ein... Oh, Munition. Was ist das für ein Humbug? Weißt du, was ich bin? Mhm. Das passiert mir auch die ganze Zeit. Jetzt muss man alle fünf roten Sachen ausknipsen. Das ist auch total die Herausforderung. Was machst du denn jetzt? Nee, nee. Ich wollte nur... Nur nochmal sicher gehen. Obwohl die Schrotflinte war. Da kann man speichern. Oder? Nee. Nein. Das ist keine Schreiber. Warum nicht? Eine Mine. Die gute Mine. Das zeigt ja schon, dass hier noch einer ist. Nicht nur einer. Hallo. Das sind dabei die Zombies. Okay, man verbraucht. Waffe. Davon haben wir viel. Die brauche ich auch, glaube ich. Oh, die hat aber schlechtes... Jawohl. Ja. Es gibt kosche Einheiten. Ich will, ich hätte einfach... Du bist... Du bist... Du sagst, dass... Nee, doch nicht. Jawohl, der ist gleich tot. Ach, komm schon. Im Hals... ...hat gleich, dann scheint. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon gegen Ende sind. Ich weiß es nicht. Kann ich schlecht einschätzen. Also, das Ding ist, ich enthalte mich da, weil ich glaube einfach, beim letzten Resident Evil Teil hat man gut gemerkt, dass wenn man denkt, dass es vorbei ist, hat es auf einmal nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Und dann ging es auch nochmal ganz woanders lang. Also... Zwei Kugeln. Null Kugeln. Dann mache ich hier. Ja, aber also die... Also jetzt hier in der Fabrik zieht das ganz schön an. Oder auch schon vorher in diesem... Da, wo ich gegen das Monster da gekämpft habe. Auch schon von der Schießerei her, von der Action, das ist richtig krass angezogen. Im Puppenhaus natürlich war der Horror im Vordergrund. Beim Fischmenschen war einfach nur Scheiße. Also, das war wenig Horror, das war... ...wenig Herausforderung, das war so gar nicht. Hä? Bin ich jetzt komplett lost? Ich muss hier gar nicht lang, Dennis. Ich glaube, hier ist nichts. Wieso kann man denn hier hin? Ah, hier. Da liegt schon wieder irgendein Peter. Ist er aufgestanden? Nee. Noch nicht. Kann ich das hier irgendwie... Ich bin total verloren. Ich laufe hier irgendwie... Es sieht alles sehr gleich aus. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ja. Oh. Oh, Doppel. Und keine Mitte. Was ist denn jetzt passiert? Eieieiei. Gut. Zieh. Ich glaube, jetzt angehen. Jawohl. Kopf. Kopf ist Schwachstelle. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Das ist noch ein Mim. Zauber. Zauber. Der explodiert jetzt. Pump. Ja, aber den 5000, der Scheiß. Bin ich doch nicht viel. Der kam aber mit einer Kiste. Luftpost. So ein bisschen Worms mäßig. Ja, den wollten sie gerade versenden, Permason. Ja. War nicht so geil. Nee. Und jetzt das Heisenberg-Level. Das stresst auch ganz schön. Ja. Das stimmt. Tatsächlich geht die... Da kommt doch gleich wieder einer runter. Leck mich doch am Arsch. Sackgasse. Kommt einer runter? Stimmt. Nö. Ein Fahrstuhl kam runter. Das ist doch jetzt auch wieder Abfahrt. Hier sind fünf Wege, die ich gehen kann. Das ist echt wies. Das ist gemein. Ich kann hier unten lang. Okay, unten ist nix. Gut. Doch. Da ist was. Wo denn? Na, die Tür. Wo? Na, hinter dir. Ah, hier sind wir wieder. Verstehe ich nicht. Hä? Achso, doch, ja. Das ist hier krass verwinkelt. Aber muss ich jetzt hier nicht rein? Nein. Du musst jetzt über den Fahrstuhl an die Tür. Genau. So. Safe, wenn ich hier rübergehe, kommt da was runter. Okay, ciao. Kann ich was herstellen? So was wie Munition. Oh. Ja, Flinte, Flinte. Wir müssen Arznei. Ja, das hat ja aber nichts mit der Flinte zu tun, die Arznei, ne? Doch, weil du Flöschelchenchemikalien, ja. Ah, jei, jei, jei. Also wir im Bossfight sind wir ein bisschen zu schlecht ausgelöstet. Also bitte vorher noch viel Munition geben. Ja, oder Bescheid sagen. Dann kaufen wir Munition. Ach. Das ist ein Running-Gag, immer einen Korz zu trinken, wenn das passiert. Ja. Wenn man neben die Kiste schlägt, immer eindringen. So eine Scheiße, ja, du drückst doch. Ja, sehr gut. Der kriegt jetzt... Sehr schön. Ach, das ist wieder so einer. Kann man die Fliegel hier vor meiner Nase verschwinden? Das ist noch der Zusatz. Digger. Zusatzschwierigkeit. Die Zombie-Fliegel, sie würde ich beißen. Jetzt hört sie mich an. Ja, kann die mal weggehen, bitte? Digger. Oha. Diese Fliege ging mir aber auch... Ist doch jetzt tot. Die ist einfach in meinem Gesicht, diese Fliege. Ja, du musst halt multitaskerfähig gegen Flieger und gegen Zombie-mechanischer Typ kämpfen. Ja, klar, natürlich. Wie viel steckt der Typ ein? Nebenbei, schmier ich noch ein Brot. Und dann kriegt man 5.000 für 5 Schuss zurück, nachdem man 12 in den Bein geschossen hat. Ja, ist so. Richtig fair. Wahrscheinlich... Ja, das nächste. Ist hier noch was? Einfach nur im Kreis, genau. Ich sag ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre es Munitionssparner, wenn wir wirklich mehr mit Dings arbeiten. Oh mein Gott, der Hubschrauber. Wenn es jetzt will ich wohl das... Hubschrauber-Einsatz. Ne, du musst weglaufen, weglaufen, weglaufen. Ja, ja, ja. Jetzt schmerzt er uns. Schaschick. Digger, du hast mich so erschrocken, ich habe auch mein Pad verzogen. Ich habe gar nichts weggezogen. So, neu starten. X. Schaschick. Ne. Nein. Ne, Digger. Du musst die... Die Hans-Torff. Typen nochmal killen. Okay, aber diesmal mache ich es vielleicht cleverer. Einfach nur weglaufen. Du bist nicht der Beste im Weglaufen. Ich bin der, der immer wegläuft. Ja, das stimmt. Du wirst immer alle besiegen. Ich will alles töten. So, jetzt muss ich eben gucken, was... Wie war das denn jetzt hier nochmal? Kurzer. Das ist ein Spaß. Da kommt er jetzt gleich. Ist ja schon. Sehr schön. Da war ein guter Schuss direkt bei. Da war auch einer dabei. Da ist sehr schön dabei. Jetzt tanzt das für uns. Macht so einen Move. Yeah. Lächeln. Kolgat. Was ist der Typ? War da aber nur einer? Da kam jetzt gleich noch so ein Ding. Ne, da war jetzt nur einer. Jetzt kommt der Propeller-Tree. Ah, stimmt. Und dann musst du weglaufen einfach nur. Ich weiß noch nicht, wohin du laufen. Ja, das ist halt die Frage. Aber besiegen, glaube ich... Hast du ja gesehen? Der macht relativ schnell Schaschlik. Ja, das Problem ist die Kamera. Okay. So, hinter dir direkt dann. Wie sage ich es weiter? Ja, ducken war gut, ducken war gut. Ja, mache ich doch. Aber er steht automatisch wieder auf. Hä? Das habe ich nicht gedacht. Danke, dass Propellermann... Das habe ich nicht gerafft. Äh, habe ich auch nicht gerafft. Aber ist ja jetzt auch egal. Propellermann hat er erledigt. Okay, weiter weiter. Oh, nice. Duke! Duke, machst du bitte auf. Hallo. Duke, steh mal auf da jetzt von deinem Scheiß-Sessel. Wir haben einfach den Duke hochgeholt. Ja, okay. Das macht Sinn. Ja. Ach, das erklärt man Fasch. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Oh mein Gott. Okay, der Propellermann. Aber dass ich mich da eben geduckt habe und da nicht durchkam, das war schon... Das ist der Propellermann, das für dich aufgemacht hat. Ja. Ja, lauf. Lauf mal, geh mal. Wir haben ja nichts. Wir haben ja hier nichts. Oh. Ja, die Dinger, ne? 5000. Na, da gibt es auch große von. Ja, ein bisschen mehr. Ohne, wenn es mich nervt, dass wir das Ding noch haben. Ich glaube nicht, dass wir das noch finden. Ich denke, das war mehr so was Dimitresco-mäßig ist. Das kann sein. Hier, mechanisches Teil, Zylinder. Kombinierbar. Das ist noch im Spiel. Ja. Auf die 4000 kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ja, Verkauf. Nein, ich meine es so. Nicht zu verkaufen macht jetzt nichts. Ohne, unsere Sniper kann man noch aufpimpen, ja? Schadenstechnisch. Ah, jetzt plötzlich. Ja, ja. Das ist jetzt freigeschaltet worden. Ja. Die enttäuschende Pistole. Ist nicht so gut. Ja, die machen ja nicht viel Schaden. So, wollen wir was ausgeben oder sparen? Erstmal sparen. Ja, okay. So, gespeichert habe ich. Ich speichere nochmal. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber es kann gut sein. Du speichert es eigentlich immer so weit, du so ein Ding siehst. Du bist. So. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Jetzt sind wir eine Etage höher, ne? Oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir können ja nochmal gucken. Wie wir jetzt hier gegangen sind. Oder eine Etage tiefer. Oder wo sind wir eigentlich? Waren wir nicht... Wir waren B4, ne? Materials? Jetzt sind wir mal noch drüber. Ja. Jetzt sind wir eine Etage höher. Hier war das Treppengehäuse. Treppengeschoss. Wir haben original einen Schuss. Ähm, entschuldige. Du, sorry. Hi. Soll ich etwas für dich auswählen? Nö. Ne, aber du kannst uns mal hier ein bisschen... Wo ist denn deine Munition, Kollege? Der ist ausverkauft. Wie ist denn mit dem Duke los? Das ist jetzt, äh... Ein bisschen weird. Ja, deine Treue. Wichtig, Knoblau. Ja, was nichts bringt, weiß ich auch nicht, warum sie das haben. Weil sie es mögen. So, dann gucken wir mal weiter hier. Ja, die Frage ist mit der Zeit jetzt, ne? Weil wenn du jetzt hier... Nee, 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 das können wir auch gerne das... Dann machen wir hier nämlich den Cut und den Wechsel. Ja, wegen Speicher. Ja, 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 ja. So Speicher. Ich habe auch kein Problem, den Controller wieder aufzugeben. Ich gucke auch gerne zu. Ja, das ist anstrengend, diese Fabrik. Und ich werde jetzt die Fliege jagen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Das ist direkt hier. Ja, ich weiß. Am Mikrofon.